Hallo Freunde, ich habe hier einen Special Bug für euch. Und zwar bin ich hier gerade gespawnt und habe sozusagen mich selbst geklont und wie ihr seht, sitze ich selber vor mir und wenn ich also hier den Kopf drehe, dann dreht der auch den Kopf da. Ja? So. Und bitte nicht, nein, 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 nicht schlagen, nicht schlagen. Du kannst mich mal mit der Faust, kannst du mich mal boxen. Dann seht ihr das, wenn er den jetzt boxt, dann krieg ich hier also was ab. Warte. Ähm, hab's gleich. So. Na? Was ist das denn? Der weicht dir sogar aus. Die haben ihm so ein intelligentes Leben gegeben. Also das ist ja jetzt, ey, jetzt probiere ich mal was aus, pass mal auf. Also ich boxe ihn die ganze Zeit bei mir. Ja, und da kommt sogar Blut, aber ich blute nicht. Das ist doch ein anderer, oder was ist das? Hat er auch, der hat die schwarze Axt, der hat dieselbe M4 wie ich. Nein, 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 bitte nicht. Nein, nein, keine Ahnung. Sonst bin ich gleich dumm. Hey, ich hab die 1911-Fone. Mit so'n Griff, mit so'n... Das ist ja der Hammer, oder? Das ist echt seltsam. Also, DayZ hat mich quasi... Check Pulse. Unknown Identity hat einen Strong Pulse. Okay. Das ist ja verrückt. Ja. Mysteriös. Mysteriös. Man könnte das ja jetzt testen, indem man den abschießt, aber dann bin ich wahrscheinlich selber auch tot. Nein, bitte nicht, bitte, 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 nein. Aber ich würd's ja tun, aber... Ja, warte, ich versuch mal, den selber zu boxen. Dang, ding, dang. Oh. Jetzt hab ich... Jetzt ist er bewusst los. Ey, Leute. Loot, loot. Lootet den mal. Der hat die engraved. Die 1911-Fone engraved und alles, komm. Der hat genau das gleiche, wie ich auch. Lootet den mal. Bei mir hat er nur die M4A1 mit Magazin, sonst ist es leer. Ja, warte, ich dropp mal die engraved raus. Hä? Jetzt guck mal. Jetzt steht er auf. The fuck? Also, das ist verrückt. Ich glaub, das ist nur bei dir so, weil bei mir ist nix. Keine Waffe oder so. Ich hab ihm jetzt die 1911er, hatte ich ihm rausgelegt. Nee, bei mir ist nix. Aber bei mir selber hab ich sie jetzt auch noch drin. Hallo, Tobi Nummer 2. Oh, was ist das? Hallo. Ding, bang. So, jetzt kannst du wieder... Feuer, Feuer, Feuer. Oh, ist leer. Uah. Abrenn die. Abrenn die. Abrenn die. Brutzel, Brutzel, Brutzel. Braucht jemand ne M4? Eine M4 hat er drin. Ja, guck mal. Ich, 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 ich dropp die... Ich kann die nicht rausdroppen. Könnt ihr den nicht looten? Im Rucksack ist Haufen Zeug drin. Nee, ich kann den nicht looten, bei mir ist alles leer. Das ist leer. Ich... Da ist nur die... Ich steh da wieder auf. M4 drin. Achtung, Achtung, ich mach hier mal so ein bisschen warm. Uh, uh. Bisschen grillen. Also das ist echt bekloppt. Ich hab so lange schon das Gefühl, dass nach dem Salvat-Leuch-Start man nicht nochmal drauf gehen sollte auf denselben. Flare weg und dann guck ich mal, ob ich dem seine M4 nehmen kann. Ja, probiere es mal. Hab ich gerade probiert, geht leider nicht. Aber ich hab's... Ich hab's versucht rauszutroppen, aber passiert nichts. Hallo, Klon. Wie er auch immer noch so den Kopf bewegt, ne? Ja. Jetzt kann ich ihn nicht mehr looten. Weiß nicht, soll ich's riskieren? Mit der Axt? Deng, da liegt er wieder. Ich meine so oft, wie er schon umgehauen wurde und du keinen Schaden für dich hast. Alter, der hat schöne Schuhe, ja. Es ist eigentlich nichts passieren. Ja, warte mal. Ich probiere... Jetzt ist er tot. Er ist tot. Jetzt guck mal, jetzt müsste er zu looten. Und jetzt können wir ihn looten. Ja, nimm mal die Entgraved, die 1911 war da. Nee, der hat eine AKM. Ja, das ist, das ist, das ist meine Schmeck. Achso. Jetzt hat er nichts mehr. Du kannst die M4, kannst du nehmen. Aber, aber dann nimmt er deine, deine, deine Maus in. Ja gut, sein Helm ist ruined, das ist klar, nachdem ich den Kopf geschossen habe. Ja, warte mal. Du musst, warte mal. Du musst quasi erstmal deine Knarre weglegen. Ich mach folgendes. Ich lege jetzt mal meine gravierte raus. So, die liegt jetzt hier neben mir. Richtig? Du musst, du musst... Ja. So. Deine, deine M4, ähm, rauslegen. Ich kann ja sogar seinen Rucksack looten, das ist es ja. So, jetzt hab ich... Jetzt ist wohl... Leute, jetzt liegt hier noch eine 1911er. Die gravierte, nimm die mal einer. Wer möchte die haben? Ja, die liegt eh bei mir. Ich hab grad eine schöne gravierte 1911er. Aber, doch, kann ich mitnehmen. Hab genau die vier Plätze. Dann nimm die mal, Sascha. Weil jetzt haben wir... Die musst du dir mal angucken, die ist hammergeil. Schau dir die mal an. Also, ich leg mal kurz meine AKM hier weg. Hoffe, dass die dann noch liegt. Ja, die ist nice. Mit einem Totenschädel drauf, ist cool. Und Elfenbeingriffe und allem Schnickschnack. Dann nehm ich jetzt mal die M4, wenn ich das noch kann. So, Muni-Kiste ist auch noch mit drin. Droppe ich die auch raus. Pass mal auf. Guck mal hierher. M4 lege ich hier raus. Ich droppe hier meine Muni-Kiste raus. Ja, warte, dann packe ich mal das Mod-Protector-Case weg. So, und dann nehm ich seine. Hier liegt jetzt die M4. Stimmt. M4, eins mit 60er Magazin. Ja. Ich mal in die Hand nehmen. Was geht hier ab? Das ist echt krass. Aber eigentlich richtig schön, ja. Dadurch haben wir jetzt die gravierte 1911er gleich zwei. Drei Mal. So, habt ihr die Muni-Kiste, habt ihr genommen, ne? Hab ich genommen, ja. Da ist jede Menge M4-Munition drin. Also Sascha, wenn du... Vielleicht gibst du die mal in Sascha oder so. Bei mir ist die leer. Die ist leer bei dir? Ja, bei mir ist die leer. Oh, schade. Dann hat er die Neue. Die 100-Round-Box ist komplett leer. Also die... Das eine... 60er Magazin ist fast voll. Ja, da ist in der M4 drin, aber er hat mir grad die Muni-Box gegeben. Achso, okay. Und da war aber nix drin. Genauso wie wenn... Doch, jetzt im Rucksack. Jetzt kann ich da looten. Ja? Ja, dann mach mal. Nimm mal mit, was du da brauchen kannst. Äh... Na gut, Kompass hab ich selber. SKS-Muni ist noch mit drin. Was zum Futtern. Ja, das Futtern, das nehm ich mit. Ich hab keinen Platz mehr. Wie weit kann ich noch mit? Dann wär also ne FMX noch, wenn einer braucht. Die brauch ich nicht. Ein Bolt wär noch. Die Matchboxes pack ich mal weg. Warte mal, kann ich die kombinieren, die Pfeile? Ah ja, cool. Ja. Dann hab ich jetzt 5. Batterien pack ich auch noch mal ein Small Protector Case rein. Hab ja genug Platz. Ah ne, der ist jetzt voll, ne? Ah gut. Mega cool. Der hat auch coole Klamotten. Also die Jungle Boons, die er hat. Die sind auch nicht schlecht. Vor allem sind die noch pristine. Ja. Oh, nehm ich mit. Äh, wir waren noch mal zu viert, oder? Ja, Basti, du bist noch nicht da, ne? Funktioniert nicht. Und deine Boots sind auch neu. Ja, dann nehm ich mit. Cool. Die Green Wool Coat wär auch noch, wenn du willst. Und ne Axt, wenn einer braucht ne schwarze Feuerwehr Axt. Nee, die ist pristine. Warte mal, der hat's ja gerade. Hätten wir hier noch ne M4. Ah Mist. Jetzt hab ich die FNX draus. Oh Mann. Könntest du haben. Nur mit der kannst du nicht zielen. Doch, wir haben gerade. Da muss ich da eigentlich gehen. Wir haben gerade noch gesagt, wegen den ganzen Problemen. Ja, Early Access, Alpha und ja. Wie scheiße das alles ist. Ja, und jetzt kommt sowas da mal raus. Ja. Kann mit der nicht zielen. Also, also, wenn ich Doppelklick mach, da Also, das ist ja auch verbuggt. Kommt nix. Mit der rechten Maustaste? Nee. Kannst du schießen mit der? Moment. Nee. Nein. Oh. Das ist natürlich doof. Warte mal, ich schmeiß mal das Magazin raus und stopp's wieder rein. Vielleicht geht's dann. Ah, ist trotzdem komisch. Ja, da, da, da fehlt ja auch das ganze, das, das Budstock, das, äh, der Handguard. Fehlt alles. Ja? Hast du aber quasi eigentlich dran. Das ist nicht, also, ich seh nix. Hm. Guck mal, Freeload. Ah, Basti ist auch da. Meins. Alter. Guck mal, ob du, ob du mit der M4 schießen kannst. Das ist echt mysteriös. Oh, die hat er alles. Sascha, hier ist die Muni-Box noch. Seht doch alles. Ja, die hab ich gerade wieder rausgedroppt. Ja, aber die hat, die hat die Munition drin. Bei mir hat sie die nicht. Alles leer. Guck nochmal rein. Wenn du, wenn du drauf gehst, hat die so'n, so'n Loot-Symbol. Da, äh, da ist noch eins drin, 0 von, 0 von 40. Nein, das hab ich dir empfiehlt. Da hab ich sie in der Hand, aber da ist nix. Da ist nix, dann stell sie nochmal ab, weil ich... Alles komplett leer. Ich, wenn ich drauf geh, dann, dann ist Munition drin. Ist halt die Frage, ob die, ob man die Muni dann verwenden kann. Ja, in dem, äh, Backpack von dem Toten hier ist noch ein, ich glaub noch ein Magazin drin, oder? 0 von 40, ja. Ja, die ist leer, okay. Dann bringt's nix. Ja, du kannst es ja auffüllen. Du wusstest ja nicht. Ja. So, ich hab die Muni jetzt einfach mal noch mitgenommen, hier. So viel halt ging. So. War das M4 Muni, ne? Ja, das war M4 Muni. Ja, dann kannst du das eine Magazin ja eigentlich gleich hier auffüllen. Ja, also bei mir ist die Roundbox voll. Ja? Auch, ne? Dann kannst du das machen. Leg mal die Munition, ne? Die kannst du nicht rauslegen. Ja, du kannst sie nur in, in die, ins Magazin oder in die Waffe direkt laden. Mhm. Vielleicht geht's dann. Ähm, warte, ich guck mal, ob das geht. Ich muss erstmal die Magazin rauslegen. Das geht auch nicht. Ich hab das 40er Magazin jetzt mal rausgelegt. Ich, ich kann's nicht nehmen. Ich hab keinen Platz mehr. Ach, jetzt ist bei mir auch Muni drin. Ja. Ja, und hier liegt andauernd am Boden noch ne Waffe, ne? Die M4. Hä, das ist... Oh, ein... Ein ECOX-Skop. Das ist so verbuggt, ey. Aber ich kann die Muni auch alles mitnehmen. Ja, dann nimm mit. Gerade M4 Muni ist ja rar im Moment. Ja. Jetzt liegt hier auch der Handguard und alles rum, ne? Oh. Hier liegt ne M4. Jetzt liegt wieder ne M4. Ja, hab ich grad gemacht. So, dann sind noch Schlüssel. Für die Handcuff. Kann man das da drüben? Ich muss sagen, mein M4, nachdem ich deine auseinandergenommen hab, wäre ein Südhaus. So, warte, wo liegt die M4? Ja, jetzt liegt sie da. Mein Problem ist, ich kann... Das Handguard kann ich nicht nehmen. Und, äh... Und... Kannst du mit der schießen? Ne, hab ich grad probiert. Geht nicht. Ah gut, ist keine... Kein Magazin drin. Aus-Show-Magazin drin, aber leer. Ja, dann füllst doch mal. Du kannst nicht zielen, ne? Da liegt doch noch Muni, oder? Da liegt noch Muni für der M4. Muni, Muni... M4-N-Schuss. Ist so... Hallo, das ist wieder ein Plan. In the daisies world. Ich brauche Platz. Hier. So, wir sagen jetzt nicht, dass das Lied ursprünglich mal von ABBA war. Sonst haben wir wieder 10 Millionen. Guck mal, hier liegt ne Leiche. Ja, ich hab, ich hab, äh... Anfang diesen Jahres habe ich mit meiner Frau zusammen komplett, ähm... Hier, Mama Mia, schauen müssen den Film. Oh Gott. So schlimm. Ähm... Ich schieße jetzt mal mit der... Äh... Ach, Obacht. Das gibt nen Mordskrach. Oh ja. Oh ja. Aber die kann nur einen Schuss, das ist die... Schöne Geschichte. Sieht auch toll aus. Hier kann's nicht schießen, selbst wenn das Magazin voll ist. Ja. Ja. 10, 22, around, mate. Dann lass sie liegen, hätt ich gesagt. Oder nimm sie mit, wenn du willst. Äh... Vielleicht... Wenn du damit runtergehst vom Server wieder drauf, vielleicht funktioniert's dann. Aber das... Kann man ja dann mal ausprobieren. Aber diese... Ähm... Longhorn, die... Die hat nen... Geile Scope. Ja. So, Freunde. Nein, da wollte ich gar nicht. Machen wir uns aufm Weg weiterhin am Strand entlang oder so? Ja. Würde ich sagen, ne? Definitiv. Also ich bin jetzt, glaub ich, kurz vor Elektro wieder. Oh, cool. Ist doch gut. Super. Dann können wir dir entgegenlaut laufen. Quasi. Ja, die Person wird sich freuen. Findet ne M4, mit der er nichts zielen kann und nicht schießen kann. Das ist super. Ja. Na gut. Wollen wir dann dem, äh... Dem Niklas entgegenlaufen? Ja. Ja, viel. Okay. Da kommt jetzt ein Moop her und freut sich. Ja, ne M4. Äh, die... Zombie? Oder kommt da Niklas hierher? Was meinst denn du, Niklas? Was ist dir lieber? Äh, ich kann auch laufen. Ja, wär vielleicht gar nicht schlecht, weil sonst... Machen wir jetzt den ganzen Weg zurück. Ja, wär ein bisschen blöd, ja. Stimmt. Ja. Äh, hä? Da liegt ein Hammer. Okay. War mit 40er, äh... Munition. Die braucht doch einer von euch, ja? Äh, was? 40er ACP. Achso. Ja, die braucht, äh... Ja gut, ich hab auch ne 1911er jetzt, aber... Robi braucht die eher. Kertoffel. Baladadabam. Äh, äh, äh... Dosenöffner, falls jemand braucht. Hm. Und ein Sack zum Überstöp. Ist ne Kuh. Bienen ändern scheißt, aber noch nicht so richtig. Guck mal nach ne Kuh. Hehehe. Ich will jetzt ne Kuh haben. Ich will ne Kuh... Ich will ne Kuh... Ja, die finden wir wahrscheinlich erst, wenn wir uns auf den Weg machen. Wahrscheinlich. Ja. Na, was meint ihr Freunde? Sind wir soweit? Irgendwer von euch braucht dann einen Snapploader. Äh, gibt's irgendeine Möglichkeit, die Vetas da einzuklemmen? Ich glaube nicht. Nein. Oder, äh, ja doch, man kann's schon. Mit dem, mit dem Streichholz. Oder Streichholz, ja. Also, äh, wir haben immer 5 Cent Stück dazwischen. Ja, weil nach dem 1 Liter Produkt der Coca-Cola Company, muss man ganz dringend mal strudeln. Hehehe. Schleichwerbung, Schleichwerbung. Die nächsten 20 Millionen. Hehehe. Übrigens hab ich auch noch ne Säge auf dem Rücken, die ist von der Marke Lux, also, ne? Oh, jetzt ist auch gut. Ja. Ich hab ne Kiwi gefunden. Und die ist pristine, die ist pristine. Ja, du musst, äh, du musst eine Lüge nur so oft wiederholen, bis das alles klappt. Richtig. Ja, warte. Vielleicht in der du im Knast warst. Hab die Axt, Achtung. Jo. Gib ihm. Zack. Oh, den Halt. Sehr schön. So. Da kommt der nächste, Achtung. Warte, warte, warte. Aua. Gut. Wollte grad sagen, hab ich dich getroffen? Ne, ne. So, Basti, kommst du mit? Da gibt's ja jetzt auch die, die Crawler, die jetzt so, 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 auf allen Vieren. Ja, hinter dir, Basti. Na, das ist mal cool. Dreh dich mal um. Stimmt, die haben sie jetzt auch neu eingeführt, ne? Die neue Art Zombies. Jo. Ja, die hab ich noch nicht gesehen. Halten. Die dürfen den Boden rumkriechen? Ja. Genau. Junge, so viel ist mir vorhin entgegengespringt. Ich dachte, was ist mit denen? Ich will dich, Alter. Also, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit denen? Was ist denn los? Boah, Digga. Das erste Mal, wo ich so was... Ach, wo ist meine Maus da? Wie ich das erste Mal gesehen hab, hab ich mir auch so gedacht, so, was? Was ist denn das? Hat das denn das? Ich hab jetzt mit 1911 gefunden mit, äh, Totenkopf drauf und helfen beiden Dingens. Hast du gefunden? Ja, die hat auch von mir haben können. Ja. Cool, dann haben wir jetzt die drei Mal. Ja. Die ist eigentlich voll selten. Hm. Schießte? Ja. Hihihi. Guck geil, damit rumzulaufen. Haben wir eigentlich? Können wir eintauschen gegen Essen? Auf der rechten Seite ist noch ein Klavierhaus, da könnten wir mal kurz reinkommen. Rechten Seite, jopp. Ähm, ich würd... Klavierhaus. Ich würd, statt dem Airfield, würd ich auch vorher das Militärcamp da eher ausrauben. Ja. Das ist, glaub ich, momentan ein bisschen vielversprechender. Ja, aber in den... Steinhacke. ...Findest du die, äh, die AKM, wenn du Glück hast. Mhm. Wo? Glaubts... ...in den... ...Bracken. Hier ist noch ne Axt. Äh... ...Badly damaged. Neue Feuerwehr-Axt. Und ein... Kann man die mit so'n, äh, Mopen-Clean-Cook wieder? Nee. Oh, 45 ACP. Das Ashwin. Warum denn nicht? Hier liegt auch ne SKS unten, wenn sie jemand haben möchte. Also wer will, wir haben Muni ohne Ende. Das Ding bloß eh n Schuss. Für die 1911 war auch Mac oder so? Ja. Gibt's. Ja? Mhm. Gibt es ja. Äh... Zehn Sch... Zehn Schüsse. 710. Oben ist nix. Doch! Bier hast du liegen lassen. Was? Bier? Ja. Ach Scheiße. Bier kannst du nur. Nein. Ich will n Bier. Meine Hand... Am besten kalt. Ja. Ein kaltes Bier. Genau. Jetzt ist es weg. Ne kühle Blonde. Ja, der stand direkt auf dem Papier. Ach Mist. Hier guck mal dieses Klavier. Ich find dieses Klavier so interessant, ja. Da saß hier einer und spielte, ja. Und dann kam da so ein Zombie an. Und fing an, den hier auf dem Klavier zu verschmakulieren. Der lag dann mit dem Kopf hier so drauf. Und dann fing der an, hier zu mampfen. Oh, okay. Siehst du, der Hut von der Person liegt sogar noch da. Ja. Ja. Ja, du musst dir dann mal ein bisschen bildlich vorstellen. Ja. Der Bank liegt auch bloß. Ich will es mir aber ehrlich gesagt gar nicht bildlich vorstellen, weil sonst hab ich heute Nacht wieder Albträume. Oh. Ich bin doch so zart beseitet. Gut. Scheiße. Doch verhasch mich nicht. Wie kommst. Hey, wer hat geschossen? Attacke. Attacke. Und es drehe ich durch hier. Tau jetzt das. Klavier klein. Dann bin ich aufgehend. Dann bin ich aufgehend. Mach mich aggressiv. Geh kaputt. Geh kaputt. So. Gehts weiter, Jungs? Ja. Ja. Los gehts. Läuft die Aufnahme, meinst du? Ja. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, äh. Cut. Ich kann das erklären. Wir können das schneiden. Wo seid ihr jetzt? Äh, raus. Ja, hier raus. Da. Hier, siehste. Hier bin ich. Hallo. Basti, direkt vor dir. Ich kann das erklären. Nichts. Es ist so hell. Ich kann nichts sehen. Da ist auch noch so ne Scheune. Und da hinten sind Zugwaggons. Da ist jetzt auch Sex drin, ne? Zugwaggons? Sind die neu? Ja. Oder sind sie mir voreinfach nie aufgefallen? Ich glaube die sind neu. Oh ne Tankstelle! Ne Tankstelle! Die sind da schon, die sind da schon ewig. Echt? In der Stadt, wo wir grad eben waren, war auch ein Zug mit Waggons dran. Aber die sind schon ewig da. Ist mir nie aufgefallen. Da war bis jetzt noch nie was drinne. Bis nicht wie das jetzt aussieht. Ich war hier schon ewigkeit nicht mehr. Doch, also in den Zugwaggons ist jetzt Zeugs drin und es liegt oft auch was nebendran. Achso. Ist mir ehrlich gesagt nie aufgefallen. Doch, zum Beispiel liegt hier hinten liegt ne Hose oder irgendwas. Ja, hier liegt ne Farming-Hoe. Ja, ja. Hier drinnen liegt so ein Burble-Sack. Burble-Sack! Also hier ne Axt. Und man kann auch reingehen, ne? War grad drinnen in einem. Man ist wieder mit Hochklettern verbunden. Das ist immer gefährlich. Ja, aber das bisschen. Auch wenns nur so niedrig ist. Ja, ich war mal auf so nem Hochstand. Bin ich hochgeklettert. Und dann... Wer hat geschossen? Oh Gott. Ich hab nicht geschickt jemand. Ja, das ist kein Scheiße. Ich bin da runtergefallen. Von diesem... Hochstaub. Boah! Mama! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Na, Hochstände sind... Wie viel Staub das ist, ne? Wenn du runterfällst, hast dir gleich deine Beine geklafen. Müsste man noch eigentlich von über weit weg sehen, oder? Wenn so ne... Du hörst es auf jeden Fall. Na, die Rauchwolke auf jeden Fall. Dann die Rauchwolke. Jo, dann... Vielleicht nach dem fetten Feuerball. Dann lass uns mal von hier verschwinden. Dann schnell. So ein Feuerball. Oh Gott. So ein Feuerball-Jugend. Guck mal. Sprit. 99. Oh, gut. Das war nur... 31, 59, 24, 99. Ist ja fast geschenkt. Wir laufen schon, ne? Mal. So. Ein bisschen. Ja, wir kommen hinterher auf der Straße. Der D-Zug. Boop boop. Boop boop. Das wär wär cool, wenn's da so ne... So ne Lore. Weiß das Ding, ne? Dresine, oder wie das heißt? Ja, Dresine. Das wär auch geil, ja. Das wär cool. Auf das Leisen rum zu... Ja, ne? Kommt ja vielleicht noch. Ja. Wäre schön. Hier Bohemia Interactive sucht nach wie vor, äh, 3D-Modeling-Experten und so weiter und so fort, ne? Also... Also mit Models kenne ich mich aus, ja? Ja. Was liegt denn da hinten zwischen den Büschen? Das ist nur ein... Na, ist nur ein Klotz. Ne, also, äh, wenn sich jemand mit Blender gut auskennt, ja, zum Beispiel. Was... Leute, das ist das Airfield hier schon, ne? Ja. Oh Gott, ja. Hilfe! Oh ja, Mann! Mama! Jetzt müssen wir ja mal aufpassen. Dann lass uns da vorne an den Schienen in dieser Scheune treffen. Weil wir sind mit der Aufnahmezeit dann auch schon durch. Oha! So schnell? Wie lange leben wir schon auf? Äh. Es ist halb 10, Mann. Das ist, äh... Hoppla. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Und, äh, dann können wir uns da grad verschanzen. Und, ähm... Hier steht übrigens die Tür offen bei dem Haus. Ich hab's ja gesagt, hier war schon jemand. Oh, ey. Moment, der Server hat neu gestartet. Nein. Ja, vielleicht... Was ist denn das aus, Dickson? Äh, und dann aber steht aber die Tür schon auf? Hier ist noch eine Tankstelle. Äh, Tankstelle. Taschenlampe. Äh... Äh, jetzt hab ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ja, dann komm mal hier rein. Na komm mal. Na, komm mal hier rein. Na, hier drinne bist du auf jeden Fall sicher. Dann mach ich mal die PikX weg. Dann kann ja nichts bei euch da nicht. So. Gut. Dann an dieser Stelle machen wir wieder ein Folgenpäuschen. Und... Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, liebe Freunde. Bis dannne. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.